Was wäre, wenn ich Ihnen erzählen würde, dass Gott und der Teufel eine Wette abgeschlossen haben, um die Seelen aller Menschen? Ich glaube nicht, an die Treppe hin. Aber das sollten Sie. Er glaubt an Sie. Er glaubt an Sie. Er glaubt an Sie. Ich erne die Zucke, in denen Sie sich bewegen. Das ist ein kultes Exorzismus. Ich muss das verstehen. Sie wollen nicht wissen, was es da draußen gibt. Glauben Sie mir. Das ist ein kultes Exorzismus. 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 Das ist ein kultes Exorz interest. Das ist ein kultes Exorzismus. Das ist ein kultes Exorzismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.